Hi Leute und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal und heute wieder mit Reaction Friday mit Fauli. Es wird mega Spaß machen. Leute, ja ihr wisst, jeden Freitag mit Reaction Friday mit Fauli. Freut euch auf nächsten Freitag. Und Leute, ja, wir reagieren heute auf das Video. Schaffst du es, diese Logos zu erraten? Das größte Logo-Quiz. Das größte Logo-Quiz also. Ich bin richtig gespannt, was wir da machen müssen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst einen Like da. Und let's go. Let's go, Marius. Was ist das für ein Logo? Okay. Erste Marke, let's go. Keiner so nah, do. Wie hieß es? Dieses, dieses mit dem Dona... Dona... Okay. Da, nur... Ach so, Mann. Ich bin so... Das. Disney-Wer. Disney-Wer. Bäm. Oder? Ja, das ist Disney-Wer-Zeichen. Easy go. Wenn ich jetzt nicht is... Hast du es erraten? Pfff. Aber das ist... Ich weiß es. Nummer drei. Ich bin so gut. Was ist das für ein Logo? Okay, weiter geht's. Coke. Das weiß jeder, Alter. Dieses D. Ich bin so gut. Okay. Bist du drauf gekommen? Es ist natürlich das Logo der weltberühmten Coca-Cola. Ja, Coca-Cola. Guck. Du machst hier. Ist ja egal. Es ist das Logo. Keine Ahnung. Es ist keine Ahnung. Es ist keine Ahnung. Hast du es gewusst? Es ist das Logo der Kellogg's Cornflakes. Es ist dieses Cornflakes. Zeigen wir mal. Welches Logo ist das? Twitter. Oder? Ich dachte mir hat ein Erd mit. Aber Twitter. Hä, das ist easy. Twitter oder Twinder. Keine Ahnung. Was auch immer ist. Aber es ist irgendwas. Das ist natürlich das soziale Netzwerk. Ich muss mir mal vorschieben. Bisschen, dass hier auch Licht kommt. Nummer sechs. Wie sieht's mit diesem Logo? Ja. Amazon. Das weiß jedes Baby. Das weiß sogar ich. Leute. Was ist kein... Hast du es gewusst? Amazon. Ja, ist die Wecker. Ist die Wecker? Ja. Leute. Wie du weißt, die Friday. Nummer sieben. Welches Logo ist das? Keine Ahnung. Wer hat keine Idee mit Vogel, Digga? Reifst du mal, Nico? Digga. Hast du eine Idee? Es ist die Kosmetikbarke, Dab. Das ist dieses Schambo, oder? Nummer acht. Welches Logo ist das? Ja. Das kennt jeder Mensch. Ich weiß noch nicht, wie es heißt. Das kennt jeder Mensch. Ich weiß noch nicht, wie es heißt. Es ist die Kaffeemarke Nescafé. Nummer neun. Wie sieht's mit diesem Logo aus? Ne. Äh, Sony. I Sony, oder? Oder N? Steht dieses N noch? Für Sony, oder? Bin ich. Bin ich. Das ist der Elektronikhersteller Sun. Nummer zehn. Welches Kuro ist diesmal gesucht? RTL. Das weiß jetzt jeder, weil... RTL ist halt so ein Ding, das heißt... Jeder weiß. Ich bin aber trotzdem pro. Pro. Pro, denn. Hast du da raten? Es ist das Logo des Fernsehsenders RTL. Achso, es geht ja weiter. Das war 10 Logo des Fernsehsenders RTL. Erste, er ist... Leute, was? Tatsch mir jetzt in die Kommentare. Es gibt noch mehr, die diese Video, die ihr schon hört. Und ja. Dort habe ich deine Marken erraten Playlist. So Leute, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben. Unter diesem Video wieder abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Eins wollte ich noch sagen, wir haben die 20 Abonnenten. Danke, danke, danke. Grüße geht raus. Auf jeden Fall an euch. Alle. Ich grüße alle. Alle, alle grüße ich. Und Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ganz, ganz schön. Lasst ein Like da. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.